Sollen wir mal? Wollen wir mal mit Resident Evil 2 weitermachen? Ja? Ich wünsche euch ein wunderschönes, frues Fest. Da sind doch ein paar schöne Feiertage hier. Und ich find's feierlich. Guckt mal, da ist rot, da ist weiß, da ist Weihnachtszeug noch. Huhu Chris und Huhu Eve, ey. Zombieschnetzeln. Wir werden eh selber geschnetzelt. Oh, laut, laut. Wieso ist es laut? Ja. Jetzt hab ich wieder alles abgeschlossen. Ich seh's und ich erinnere mich und ich hab keine Lust mehr, instant. Sag mal, sind wir echt nach unten in den ekeligen Dingern hier? Genau, Annette und Eda haben sich schon kennengelernt. Ah ja, ich bin angeschlagen, wie immer. Was haben wir denn dabei? Was haben wir denn nicht dabei? Ach, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ist ja eigentlich... Ach guck mal, hier wird vielleicht doppelt versorgt. Mensch, haben wir Sorgen um irgendwas? So Leute, wie geht's euch so? Habt ihr irgendwie schöne Tage gehabt oder alles nur Kacke gewesen? Oh, oh. Oh. Karte. Oh. 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 Ich glaub, wir werden ja erstmal heute noch schön sterben. Oh. 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 Ich will nur das Kraut, ne? Sind wir Freunde? Wir sind Freunde, ne? Ja, 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 wir sind Freunde. Ja, wir haben, glaube ich, keinen Kot. So was stecke ich nicht in meine Tasche. Ja, so fort. Rot ist so. So viel rotes im Plaustack habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo gefunden. Oh, oh. Ich weiß, wie der fährt. Oh, oh. Ja, und wer hat das Ding wieder? Ich nüsse. Ich habe wieder nüscht. Einen Lieferschein. Oh ja, Tresor. Bitte gleich mit Öffnung. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite. Bitte vor Benutzung entfernen. Wie noch da steht? Bestimmt auch mit 10 kriegt er das auch noch in mir. Aber ey, bei mir war es irgendwie schlimmer. Ich meine, äh, Familie, ne? Und dann irgendwie noch aufgespaltet, die jeden Tag irgendwas... Da steht's ja doch noch. 2, 12, 8. Äh. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, ich bin voll clever. Haben wir die dabei? Ja, ne? Da. Schön. Schlechte Zeiten. Und weiter. Ach, alles für ein sauberen Aufräumchen. Fein, 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 fein. Auf jeden Fall nicht für ein LKW. Ah. Jetzt wird Zeit, dass nächstes Jahr kommt. Dann kann ich endlich mal ein Schreibtisch umbauen. Ach, die schon wieder. Freunde. Ja, da reich dich auch. Hey, können wir doch jetzt das Werkzeug verwenden. So viel Speed habt ihr noch nicht erlebt. Nein, das darf man nicht unterschätzen. Bin ich hier jetzt schon wieder? Will ich hier sein? Ja, klar, noch ein Schlüssel. Nehme ich. Nehme ich mir alles mit. Zeit zum Kombinieren. Ich hätte eigentlich schon längst erwartet, mal das Blau-Kühne zurückgenommen haben zu müssen, aber... Ach, nö. Ich bin das kaputt gemacht hier, ihr Schweine. Ich habe übrigens auch schon ein paar Spiele zu Weihnachten bekommen. Mitunter, ähm... Ja, weiß nicht, so... Oh Gott, will ich hin? Ähm... Ja, Death Stranding. Wenn ich hier das ganze IG-Paket schon mal sehe, fangen wir damit an. Und ich habe halt überlegt, ob sich das tatsächlich lohnen würde, zu streamen, aber ich bin so ein bisschen... abgeneigt, muss ich ehrlich sagen. Na, da es zum einen natürlich blockierte Szenen sind, ich erst mal noch Upgrade machen müsste. Äh? Einfach ignorieren, einfach ignorieren. Ja, es ist halt sehr viel Film. Ich wusste es schon, aber es ist wirklich sehr viel Film. Ich bleibe einfach hier oben, da passiert mir nichts. Das hat mich so ein bisschen lernen. Ich weiß nicht. Muss ich eh nur da sitzen, die Klappen halten. Kann ich nicht. Ich doch nicht. Ist das schon hier oben? Ich würde es mal versuchen. Wo kommen die ganzen Schüsse her? Okay. Na, boah. Nicht, die schlafen. Ja, eben. Aber ich hätte irgendwie schon gerne Bedürfnis gehabt, muss ich sagen. Kann ich hier nicht runter? Anderes, anderes nimm es. Anderes nimm es. Hä? Schlaft, Kinder. Schlaft. Mach noch hier hinten und bitte nicht umsonst, bitte nicht umsonst. Nein, es hat sich gelohnt. Ja, aber auf der anderen Seite natürlich noch ein bisschen Coupé, ne? Also das ist echt... Das ist süß. Das kann ich mir gut vorstellen, übrigens, als Projekt. Warte mit Eve vielleicht einmal zusammen, wenn sie dann auch soweit ist. Oh Gott. Was? Guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich gehe dann mal. Diese Szene, die dann retten. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Wir müssen hier bestimmt nie wieder hin. Nein, 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 nein. Ach, schön. Wo ist denn meine ganze Munition alles hin? Ich verballere doch nicht so. Ich doch nicht. Das sind beinahe Autos, oder? Gut, ja. Irgendwann mal. Der hat gezuckt. Das sind die kleinen Mister. Den Film. Ja, das schmeißen wir eben. Ja. Können wir das nachladen? Ja, sehr schön. So einfach geht's. Ach, ich mach mir um irgendwas Sorgen hier. Ich bin da. Hey, der sieht schon ganz schön tot aus. Oh. Ein Glück. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zwar spielen soll, um ehrlich zu sein. Ich hab beides alle so ein bisschen gespielt und mir gedacht, so, ja, ist cool. Los, geh weiter, du komisches Vieh. Geh weiter. Mist, jetzt ist der da oben. Shit, jetzt müssen wir doch wieder runter. Aber ich hab mir schon mal einen... Ah, Pin geschnappt. Nee, ich geh da zurück. Ah, ich hab mir gleich wieder Spaß hier. So. Oder? Ein bisschen zu anderen Monstern. So, müssen wir nochmal zurück. Wir haben hier noch irgendwas an Munition liegen. So, die da... Also, Schießpulverzeug ist das ja im Grunde nur, aber... Munition. Da kommen wir gerade her. Da unten lag auch noch... Doch, doch, das ist auch nichts. Man wird so viel Zeug hier überall. Aber ich trenne mal einfach durch. Hm, ah. Ja, es ist halt... Aber ganz ehrlich, am Ende, wenn es vorbei ist, ärgerst du dich auch wieder. Da ist lieber... Lieber sich drauf freuen, ne? Das wollte ich nicht so eskalieren lassen. Kutsch mal. Das ist sehr fett immer. Moment, wo war... Ich links, sondern hier. Gehen wir noch mit. Mal, du bist hier voll im Weg. Egal, bleib liegen. Ich kann jetzt auch nichts machen. Ja. Ah, ein bisschen komisch. Fail, aber ja. Die hat sie schon. Ach, hier sind wir wieder. So schließt sich der Kreuz. Das ist voll zurend. Der Krumm Bernd. Ich muss noch dreimal gucken hier. Ach genau, hier war das verschlossene Ding. Ich finde, ich weiß, was hier drinne sein kann. Hab ich das eingestellt? Uxt. 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 Wär auch zu einfach gewesen. Ah. Wo sind denn die ganzen Passplatte immer versteckt? Ich dachte eigentlich nur an Dokumenten, aber keine mehr gefunden. Auch mal eben nach. Führen. Gut. Wieder runter. Ach ja, ich hab mir eigentlich aufgemalt, wie die Kombination ist. Und ich hab den Zettel weggeschmissen. So wie immer. Ganz clever. Ganz clever. Ist der? Ist der? Ja, der ist es. Ein Geschmörgel. Ich wollte sie mal neu abmalen, wenigstens. Ja, schön. Nicht entwickelter Film. Können wir auch gar nicht entwickeln jetzt hier in der Situation. Oh nein. Ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Wir hätten den eigentlich noch nutzen können, nicht trotteln. Und wir können gleich wieder zurückrennen. Das passiert natürlich nur mir. Natürlich. Dann lass ich, glaube ich, erst mal hier liegen. Ich mach mir noch mal Munition für die Kleiner. Vieles kalt wieder mal in aller Ehren. Ähm. Rechen. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, heute im Grunde übrigens, das Spiel hier mit Dian heute zu beenden, ne? Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ach, wenn ich mir die Hälfte hier liegen lasse. Zwei Pferde. Security Room. Oder? Sewer. No Entry Zone. Die kriegen wir nur auf mit dem Rätsel. Ah. Teestange Vertiefung. Ach Mist. Natürlich, wir hätten uns eigentlich gleich da durchschlagen können, oder? Nee, wir hätten nicht. Entweder so. Ja, eben. Ich bin auch schon durch den Arsch auf die Taten. Ich hab eine Nacht komplett nicht geschlafen. Voll toll. Hm. Ah, nee. Zurück laufen geht ja auch gar nicht. Wir müssen den ganzen Weg nochmal nehmen. Er ist ja auch so schön, der Weg, ne? Heul nicht. Lufe. Und ich denke mal, wir werden dann auch nächstes Jahr anfangen mit Black Mirror. Also je nachdem. Vielleicht den neuen Teil oder auch nochmal die alten erst. Ihr schlaft noch? Scheiße. Ja, Lian, ist gut. Auf zu heulen. Willst du machen? So, ich hab immer noch keinen Plan, ne? Was sind die da drin? Schön liegen bleiben. Ah, sehr gut. Funktioniert ja mal jetzt, Abwechslung. Den Stecker nicht mit, aber ich glaube, ich komme da trotzdem irgendwie vorbei an den Leuten. Ich hoffe es einfach mal. Mhm. Ja, ja. 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 Wann dem schießen ist nicht so cool. Oh, die schlafen erst mal schön runder. Wollen wir mal den? Oh ja. 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 Ruf, 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 ruf. Äh, äh, äh. Oh, sonst geht's euch gut hier. Was ist das schon wieder? S, Z, F. S, Z, F. Okay. Das nenne ich mal ein Passwort. Ja, aufschreiben würde ich sagen. Ja, einfach. Habt neue Coolis mir geklaut. Hm. Die nicht schreiben offensichtlich. Ist ja voll der Schiss. So, einer der älteren. Neun, neun. Hm. So. Bestimmt für ein und eins von den Schließfächern, je nachdem. Oh, ja. Blub, blub, blub. Schon wieder? Jetzt schenken sie mich aber auch schon wieder reich. Das war's. Alter, Mann ist alt. Moment, will ich hier schon rein? Schwester. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Kann nur schief gehen. Okay. Ach Gott, nee. Das ist ja Magnum. Mission. Was soll ich denn damit? Das war doch nicht die erste, die ich finde. Kamu-Lok. Ja, es ist hier. Ja. Was war hier grad noch? Achso, das ist fürs Einstellen. Ah, Gott. Okay. 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 Ja, 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 ja. Ihr nennt euch an diesen Raum. Damit kann man das jetzt nicht wieder öffnen. Dann sind wir nämlich wieder im Präsidium. So, bevor ich das aber mache. Wieder Taschenjag. Sag mal. Liegt mir das ein? Oder ist das der Ausstieg der Hut von unserem... Ach nee, das ist vom Sheriff. Wollte schon, wollte schon Vermutungen anstellen hier. Ich hab noch gar keine Jagd gestartet heute. Was ist denn los mit euch? Oh Gott, ich werd gleich sterben, weil ich nämlich die Typen da wegschießen werde. Wobei dann mein Freund wiederkommt. Wimste Idee, die ich haben kann, aber vielleicht funktioniert's ja. Ich frag mich gerade, was wir jetzt hier schon wollen. Wir haben den Schlüssel doch noch gar nicht. Ich glaub, deswegen bringt uns das ja auch noch nichts, hier wieder rumzurennen. Haben wir im Büro noch irgendwas liegen lassen, aber ich kann nicht sagen was. Wird durchsucht. Ach ja. Okay. Hat jemand auf jeden Fall Spaß an das Leben? Das sieht man schon. Oder können wir uns jetzt hier bei der Kammer schon bedienen? Krieg ich gleich irgendwie, glaub ich. Ich weiß doch gerade nicht, wofür dieses Schloss noch gut war. Das ist überhaupt diese Hüte. Er hätte jetzt doch einfach auf dem Sofa sitzen können. Weg hier! Oh Gott. Mutig, mutig. Ich hab euch ja mutig, aber ja. Ich geh wieder runter. Ich hab grad... Mann. Keine Ahnung. Ich fick grad irgendwie die Idee, was wir hier noch wollen. Wollt ihr mit 1000 anfangen? Ist vielleicht nicht ganz so clever, hier nochmal komplett durchzurennen, aber... Ich weiß grad, ehrlich gesagt, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Irgend ist alles sauber. Oh. Ganz. Hüff. Rennen wir da mal komplett überall durch, oder nicht? Was meint ihr? Doch, können wir zurückgehen. So, müssten wir jetzt nochmal durch die ganze... Parkanlage... Was weiß ich nicht. Nee, ich glaub das... Mist. Das wollen wir nicht, weil da müssten wir auch draußen wieder komplett durchlaufen und so. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur der Shortcut, um halt zurück zum Polizei-Revier zu kommen. Mehr nicht. Das war nichts mehr. Ich bin ziemlich sicher, was ist das wahr? Lauf, lauf, lauf. Ich weiß noch nicht, was uns fehlt, um an die Mädchen ranzukommen. Wir mussten irgendwas am PC eingeben. Wäre das eine Chipkarte oder irgendwas? Ich hab noch unentwickelte Filme, wo ich jetzt hätte drauf gucken können. Ich renne noch ein bisschen im Kreis rum. Ein bisschen noch. Das schadet nie. Da haben wir nicht eigentlich auch nur so ein paar... Eins, zwei, drei, vier... Haben wir nicht eigentlich auch nur vier von den Dingern gebraucht? Dass wir jetzt durch die Tür durchkommen? Das ist egal, kann so bleiben. Ich glaube nicht, dass wir gerade sechs, sechs Figuren brauchen. Ich hab alles richtig gemacht. Ich hab eine halbe Ente gegessen, wenn ich... Oh nein, Globbel! Warum bist du denn so aufgeregt? Setz dich hin! Was hat er denn? Die Kleine! Oh nein, wer hat's nicht geschafft? Chris... Aber Chris hat's wieder geschafft! Du bist aber hübsch! Hä? Wie vielhaft! Ach, ach, wecki, 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 wecki! Drei Runden rum noch! Ah, diese Wege! Sind wir gleich wieder unten, oder sind wir gleich wieder unten? Ja doch, sind wir gleich wieder oben, sind wir gleich wieder unten, so. Die Leiter runter, die Leiter wieder hoch. Das ist der Spind. Der Spind, der Spind. Ja, ja, geklappt! Noch mehr. Okay, danke. Danke, danke, danke. Gut, ist nicht so. Jetzt ist wieder nur einer hier. So. Mein, 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 mein Dingssitz. Da, mein Stecker. Das ist der Turm. Turmburmi, so. Wo fangen wir denn an? Wir haben hier... Was zum Henker? Hier soll eigentlich ein Bauer drinnen stecken? Der steckt eigentlich auch drinnen. Hm. Läufer. Turm haben wir. Da fehlt aber doch noch eins. Die Dame fehlt da noch. Pferdchen. Hm. Das wird auch überhaupt nicht erwähnt. Kann nicht sein. Hier ist... Äh, hier kommt das Pferdchen rein noch. Drüben der Halspunkt. Ich hab gerade überlegt, weil theoretisch könnte man das sehr viele Varianten machen, aber damit ist es wieder eingegrenzt. Dame und Turm sind sich schon mal gegenüber, die haben wir aber nicht. Achso. Haben wir nicht. Also in irgendeinem von denen kommt die Dame und die anderen kommt dann Dings. Oh, ich kann das nicht lesen, ja. Zurück. Der Turm und Springer sind an derselben Wand. Die Dame und der Turm liegen sich gegenüber, genau. Das heißt nämlich, dass der Turm schon mal hier rein kann. Und was war das mit dem Springer noch? Oh, äh, und Läufer und Dame sind nicht nebeneinander. So. Eigentlich fehlt nur noch die Dame im Grunde, die da reingehört, aber ich weiß nicht, eigentlich müsste ja noch was fehlen. Vielleicht der König? Vielleicht. Das ist halt auch nicht. Genau. Hm. Was mach ich hier zum? Schwierig, schwierig. Irgendwo muss da noch was rumgehen. Irgendwo. In Mexiko. In sich haben wir aber schon gut gelootet, also. Ja, unten. Unten, wo ich immer nicht hin will. Äh. Müssen wir nochmal da in die Suppe springen, glaube ich. Alter, wo bin ich da? Äh, äh. Wie denn das? Uff. Zu fein, Junge. Ist das aus... Wie viel mehr ausgehalten? Das war diese, diese Spiele-Logik, ne? Man wird ja eigentlich immer gebissen von den Viechern oder zumindest gekratzt. Und trotzdem läuft er halt immer wieder weiter, ne? Das sieht gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Ich meine, das geht hier halt schon weiter, ne? Großen und Ganzen? Wie kommt man da eigentlich durch? Ich will halt nur nicht durch. So, wieder schön Panikballern gleich. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss rein stolpern. Komma! Nein! Alle schönen Items, die Zierlinge hauen. Lauf, 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 lauf. Ah, wie egelig ein Tierchen, ey. Konnte ich jetzt durch die Tür eigentlich durch? Nee, ne? Da liegt noch irgendwas drin, ne? Ich müsste zurück die Tür überprüfen, aber guck mal, was vorne vor uns liegt. Achso, dunkel. Oh, gutes Kraut. Klamatte wird jetzt wieder nicht verkehrt. Ja, ich weiß, ich hab schon wieder Wünsche. Der König muss da rein. Sag ich doch, der fehlt noch. So ein Mist. Er hat das zugeschlossen. Da ist er doch. Und dann geht die Tür hinzu. Blau ist, Alter. Diese roten und blauen Kräuter. Können wir die nicht mal durch grüne tauschen? Hier kann... Das ist die Königin, die hier rein muss. Die hatten wir auch noch nicht, ne? Ja, genau, die fehlt uns auch noch. Aber was ist das jetzt? Ah, nee, das... Das ist die Königin. Sorry. Sag erst, wie der König. Da an der Stelle. Mistkönigin. So, anders können die nicht mehr rein. Nee, nee, nee. Wie clever. Soll man das denn hier lösen, bitte? Ah, den erledigen wir noch schnell. Scheiße. Das ist das Schöne mit der Waffe. Es ist so schön. Lieber eine Kugel weniger haben. Das ist eine zweite Königin. Das ist so aus. Was? Okay. Und dann kann ich hier wieder runterspringen. Na gut. Nee, ist der König. Was ist hier los? Ich erinnere mich im Jahr an gerade gar nicht mehr. Gibt da noch einer raus? Nee, nicht. Gewünscht. Der ist dort. Ach halt, oder war das da hinten für ein König gedacht? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Nehmen wir den Flammenwerfer mit, ne? Na klar. Unten sieht gut aus. Ich glaube, das ist die perfekte Bosswaffe, ganz ehrlich. Ich glaube, damit machen wir am Ende dann alles. Beenden wir dann alles schön. Äh, ja, clever. Und das hier dann? Mach ich jetzt gerade Müll? Ich weiß gerade nicht. Durch die Tür müssen wir noch durch. Das war der König, oder so. Nee. Nee. Zumal, ich bin gerade ein bisschen inkompetent für sowas. Doch, war der König. Doch, 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 doch. Ja, natürlich, war der König. Das ist ja hier behindert, hier. Das Ganze nur in Terke-Stecke. So, kommen wir da beide. Können wir da gehen. Und wir haben einen Flammenwerfer. Oh ja, wir haben einen Flammenwerfer. Das ist ein schönes Zweinastgeschäft, was man machen kann, ganz ehrlich. Welcher Stecker die Tür öffnen? Turmstecker. Oh ja, Hammer ist erhalten. Auf einmal, hm. Hat sich die Sachen aktualisiert. Ich muss jetzt nur lebendig zurückkommen. Wir haben kein Item mehr, was wir reinstecken können. Zu den Leuten in den Hals, meine ich. Ich glaube, wir müssen bei euch die Tür durch. Wo ist der hin? Ah, shit. Ah, das sieht aus wie ein Tod. I want to survive. Oh Gott, okay. Wann nicht? Nein! Nicht zurückgehen! Wann habe ich bitte die Orientierung komplett verloren? War hier nicht irgendwo noch eine Tür? Tür, Tür. Nein. Nein, nein. Keine Tür. Okay. Päusend. Ja, ja. Ach so, schon wieder vorbei. Bitte nicht von meiner Nase. Bitte nicht von meiner Nase. Der alte Gift zacken. Lässt du mich nicht durch. Oh. Das war's. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Das war's. Was so klar, dass zurück so schwer wird. Haben wir die ganzen Sachen? Natürlich haben wir die Sachen. Auf ein neues. Oh. Ey, so. Autosave. An irgendwelchen Urten ist es so schön. voll geladen. Äh, voll geladen. Alles toll. Okay. 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 Er war schon. Er war schon. Er war schon. Er war schon. durch hier. Oh. Oh. Mein Glückwunsch. Nein. Ich wurde auch gerade wieder gefunden. Ja, ist gut. Du kannst so schön reiern. Lauf zu wusten. Kletter. Päusend. So, jetzt nicht mehr. Scheiß Viechers. Weg hier. Ich hab noch ganz kurz überlegt, ob er gleich aufstehen könnte. Und er ist aufgestanden. Das ist ein Scheißkerl. Als ob er so direkt neben der Tür stand, hat mich jetzt erschreckt. Nicht, dass er weiter hinten wäre. Wir haben die blöden Stecker. Wir sind bestimmt gleich raus hier. Ganz bestimmt. Also ich glaube, wir haben jetzt noch mehr oder weniger die Chance, noch mal zurückzugehen, um uns die Sachen aus dem Präsidium zu holen. Aber da uns ja auch noch die... Der Herz-Stecker fehlt. Hm. Weiß nicht. Wir haben noch ein Graut. Voll toll. Ich würde es einfach mitnehmen. So, dann kommt hier rein die Dame. Der König ist die Dame. Ich finde, das hat ein viel schöneres Krönchen, ja. Wir müssen natürlich noch mal speichern gehen, okay. Wir sind fast da, Aida. Ja, ja, fast da. Fast wieder tot. 43. Hier nochmal 44 draus machen. Wir haben doch noch Heilzeug dabei ohne Ende gerade. Ich glaube, dann mache ich mir noch mal ein Gegengift. Nein. Nein, mache ich nicht. Hier, komm. Ich glaube, ich behalte das blaue Kraut, aber vielleicht sind wir noch ein grünes. Dann würde ich eins machen. Nicht so verspinnen, aber schwierig. Ich weiß schon, was ich nachher am Ende noch zum Heilen brauche. Kann ich auch zwei blaue mischen? Nee, na? Nee. So ein Kack. Blaue Kräuter immer. Aber ich glaube, ich kann die auch so nehmen, um Vergiftung zu heilen. Ich weiß es gerade nicht. Ach, da bist du ja das grüne Kraut. Gut. Dann so. Oh, das wird aufregend, nervisch. Rotes. Ich glaube, da können wir uns die noch mischen. Ich. Die sind doch dann irgendwie so ein bisschen aufputschend oder so. Mal aufpassen, welche Kräuter ich dann lieber, wenn ich was verwenden möchte. Das war wohl noch nicht. Oh, egal. Nicht drüber nachdenken. Einfach mal machen. Ganz wichtig. Die Benoli. Sagt das nicht mir. Ja, renn doch dreimal rein. Hier, komm schön, bei den Ölius. Was? Mr. Pranky-Banky. Au. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich weiß, dass ich irgendwann mal ein Auge gesehen hatte. Mal die Tür hier auf. Nicht die Feuerwerfer. Ah! Danke. Ja, und das ist wieder Birken. Wenn ich mich nicht täusche. So, Freund und Helfer. Bekunde? Oh, Warnung. Warnung passt noch. Dem geht's ganz knusprig. Jo, jo. Was? Was hab ich hier schon wieder? Handcranade? Handcranade? Nein, 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 nein. Au. War ich schon verkackt? Hätte ich mitfahren müssen? Wirkt als Gegengift, mindert erliebenden Schaden und schützt vergiften. Aha. Okay, das heißt, wir können theoretisch auch immer schon die Roten und die Blauen noch mischen. Halt. Nimm mit. Warum nicht? Nimm mit. Oh. Los, komm her. Ja, und... Ah! Haha! Ja! Äh, äh. Mist, ist er doch noch da. Ist mir so eng hier. Alter, liegt ja noch was. Das nehme ich gerne mit. Guck mal, das her. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Komm, 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 komm. Nein! Ah! Gott, da hinten, ey. Nee, ey, der nervt. Man hat ihn wieder nur fallen gesehen, also... Ich hoffe, den bin ich los. Er hofft zwar, aber... Ich glaube, ich weiß es besser. Ist doch immer so, wenn man die nicht richtig sterben sieht. Ah, ganz im Flut. Oh, 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 oh. Muss ich mir noch ein bisschen Schrot basteln. So, wir wollten eigentlich zu Ada, aber... Wir gehen nochmal kurz zurück. Wir müssen mal feiern. Die müsste ja auch noch etwas in dem Raum liegen. Oder ne, ja doch, hier ist noch irgendwas gut. Jetzt habe ich irgendwo was liegen müssen. Wo bin ich denn? Ich... Ja, ich lasse doch nichts liegen am Hut. Offensichtlich schon. Na, noch einmal die Buchstaben oder so. Uff, so, genau. Ähm, wir müssen mal noch... Okay, das gibt's mal nicht. Ein Messer, wir haben ein Granatending. Schießpulverkruß. Ob da einfach nur mehr raus? Also grün und... Nee, rot und blau ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Hab ich ja gesagt. Dann machen wir das wieder weg. Dann schüttelt das das andere mit. Ach ja, und das, äh... Das Spray kann raus. Ach, ich behalze. Ich behalze. Ich behalze alle Wappen. Ich bin bei mir. In meinem Körper. Drei? Dreimal Munition? Dachte, ich wäre voll reich, was Munition angeht. So viel verschwendet. Ach. Nicht benutzen. Oh, hab ich nicht vorher gespeichert. Bisschen dumm. Gut, wir haben einmal schön Heilung verschwendet. Das kann ich immer richtig gut. Ich war zu bewegen eigentlich nur. Komm, die Lüten... Nee, geht halt nicht. Untersuchen und wegwerfen. Ach, Shift. Hilfe. Wer kommt denn da rauf? Ah. Gemeine Hand. Hm. Geh nochmal eine Kombi mit. Ja, ich weiß, das ist eigentlich, äh, ne, gegen Gift, aber was soll's. Heilt ja auch ein bisschen. Äh, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Wir retten jetzt erstmal Eder. Ganz dringlich. So, was schaffen wir hier heute. Ich bin immer gut geerrt. Das war wirklich. Oh. 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 Ada! Ada, wo bist du? Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst es nicht. Die Situation ist übel, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass sie mir Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frau Schling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor. Direkt unter uns. Ein Nest hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Ich denke, mein Kalender ist frei. Merkt ihr auch diese Spannung irgendwie zwischen den beiden? Da geht es mir so. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett? Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Was ist denn das da rechts? Was ist das für ein Symbol? Hatten wir da schon mal. Das vielleicht einfach ihre Anzeige ist? Ah, mal gucken. Oh, die Schuckepack. In dem Kleid mit den Beinen so laufen. Boah. Das ist komisch. Ja, genau die, Eve. Genau die. Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit allen Füßen klar. Bei ihr weiß man zum... Ach ja, stimmt. Wir haben ja da... Da geht's dann lang. Ist okay. Keine Orientierung mehr. Gut, bin da, bin da, bin da. Äh. Bei ihr weiß man manchmal immer nicht, was sie eigentlich wirklich plant, weil sie ja dann manchmal irgendwie dann doch wieder, ich weiß nicht, für Wesker arbeitet und solche Geschichten. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Wo man dann sich wieder denkt, man... Ach da. Ach, das war's schon. Ich dachte gleich richtig mit allem drum und dran hier. Ich würde gleich losbügeln. Ja, meine Güte, wie gesagt, ich lasse die Sachen zurück. Ich hab halt hier ruhig gespeichert, bevor ich sie geholt hab. Von daher, glaub ich... Wenn's wirklich schief geht, können wir nochmal neu laden und ansonsten... ist es jetzt halt so. Wie's ist. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Hm. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext... Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mach ich allein weiter. Hey, Leon. Betraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich. Wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorg dich dafür, dass sowas wie ein Raccoon-Zentrale wieder passiert. Ada. Du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall. Ich hab keine Autorekette. Leon, schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest, wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon. Verlasse mich auf dich. Ich weiß. Ich hab nur das AI-Armband bekommen. Ich brauch ne Dusche, was? Okay. Ja gut, wir haben die Kanalisation hinter uns gebracht. Völlig zurecht. Brauchen wir ne Dusche. Ähm. Mann. Ja, vor allem kann man auch so ne super ähm, Kompensation gewinnen. Mhm. Ganz toll. Na, nee, eigentlich egal. Eigentlich, eigentlich ist es egal. Ich weiß gar nicht, ob jetzt direkt der Kampf hier kommt noch einiges, oder? Ist es schon, ist es schon feind? Nee, doch, 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 da kommt noch ein bisschen, wir laufen noch ein bisschen durch die Gegend. Ich lass die Sache mal noch liegen. Da müsste noch ein bisschen was kommen in der Anlage im Grunde. hoffentlich genau in der da. Okay. Ich hab vorhin mit Crossfit haben wir noch mal die Chance unser Zeug wegzunehmen. Achso, ja. Ja, vollständig. Das zählt schon, würde ich sagen. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Uff, hier. Äh, es ist dunkel. Toiletten. Das sind ja schon wieder Freunde von uns. So ein Scheiß. Wieso seid ihr so viele? Hö, oh Gott. Gut. Ich will es ja mal gut. Wollte ich das mitnehmen? Da haben wir noch... Schießpulver oder so? Benzin! Okay. Guten Tag. Dankeschön. Die snackt sich noch ein bisschen durch. Hier, Benzin. Brauchen wir nämlich noch. Schon gewundert, dass wir nichts mehr haben. Ja, und wahnsinnig mit den Armen fuchteln, ne? Kannst du wissen. Was haben wir getan? Ja, wir sind wieder wachgemacht hier. Ich glaub, dass wir hier nochmal durch müssen. Wie sieht's denn aus mit Nachladen? Nicht? Ich kenn hier schon wieder sonst noch nicht. Ich weiß nicht, was noch irgendwo für Wege existieren, aber sieht gut aus gerade. Über der Nase nach. Ach. Achso, wir sind schon in der Kantine. Oh. Das sieht ja doch voll gut aus. Magen, für den Spaß ihres Lebens. Ich glaub, aus dem großen Schießpulver kommt Abänder einfach nur mehr raus an Munition. Wo, 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 wo. Guten Tag. Was soll das? Ich hole den hier schon wieder überall. Jetzt guck ich jetzt wieder um jede Ecke. Mann. Nein. Nein. Kein Platz. Und der hat nämlich die Geschipp dabei. Tja. Was soll ich sagen? Blöd gelaufen. Sag mal. Geht's euch gut, oder was? Ach ja, da können wir wenigstens gleich ran. Können wir irgendwas verwenden noch? Ne, ne? Na doch, wir könnten die Fild-Munition vielleicht auch direkt nachladen. Tatsvoll. Aber so fühlt es aus, ich brauche mir den Schlüssel halt noch und 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 und. Ich schmeiß auch nichts weg hier. Wo bin ich denn? Oh, ey. Nervzweck. Ach, dafür reicht's wieder nicht? Äh, wie, wo? Was wird denn das? Ja, ha, 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 ha. Mist. Ich glaub ich muss irgendwas rauspacken. Ich hoffe mal, dass es irgendwie stehen bleibt. Ich kann doch sowas nicht rauswerfen. Kann ich, kann ich ein Messer wegwerfen und sagen, ich hol's mir dann später wieder? Ich überlege grad, ob ich über Messer oder Heilung wegschmeiß. Oh Gott. Kacke. Ah, was soll ich machen? Komm ich nie wieder raus. Move. Was? Move? Das da? Was sollen wir jetzt hier machen? Was? Chip mit allgemeinen Mitarbeitern. Achso, wir können gleich die Tür damit. Wir haben doch jetzt... Oder nicht? Erzähl mir nicht. Ich hab den coolen Chip jetzt. Dann muss ich das kombinieren. Das verstehe ich doch wieder nicht. Aber ja. Klick, klick. Oh, ich hab wieder einen Platz frei. Juhu. Voll toll. Ah, Spiel. Glaub mich mal ein bisschen Heilung, was ich habe. Komm nicht nochmal wieder. Komm nicht nochmal wieder. Oder? Nee, wir sind jetzt fertig. Ja gut, da ist halt noch irgendwas, wo man irgendwie dann öffnen muss. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Schlafraubenprotokoll. Tobi Jackson. Sarah Takahashi. Die Vault-Page. Äh, nicht so lange drinnen hier. Anthony White. Evil Archer. Das ist mit Lock. Wayne D. Ah, die ist noch hier. Angeblich. Ach, wir machen erstmal Spielchen mit der Kiste. Ganz ehrlich, ich denke mal, dass wir das jetzt gerade nicht brauchen. Genauso wenig wie diesen Kanalisationsschlüssel. Das reicht, wenn wir ein Messer und eine Granate dabei haben. Ach, das wird man auch wieder weg. Das auch. Wie gesagt, das würde ich gerne am Ende für, für, für. Wir machen noch Flinten-Munition. Ja. Ach, 6. Warte mal hin. War das jetzt da hin? Ah, hätte ich wieder Platz. Das mit ihm mal passieren, würde ich nicht gedacht. Blöd. Okay. Gut, wir werden noch schnell ins Spiel, bevor ich ihn wiederkomme hier. Oh Gott. Größt aufwärtig mit Bastian. Oh. Oh. Ich glaube, ich kann noch nicht sagen, dass es hier genug ist für heute. Ich muss noch ein bisschen. Wollte auch noch was erleben hier heute. Ich hab einen Stuhl festhängen und so. Hey, das war's. Hm. Hat der noch was? Natürlich hat er noch was. Die Aufnahme an deiner Spezialeinheit. Okay. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Verstanden. Rendezvous an Punkt V3. Dodger. Die Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Warte auf Zielperson. Mit den Safe öffnen. Warte auf Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Böcken, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Das G-Virus ist im Westbereich. Das ist klar. Und dann waren sie tot. Hüfff. Warten da nicht noch mehr? Da habe ich hier wie diese. Vier. So wichtig bin ich nicht. Drei. Müssen wir da drüben holen, den Chip. Das ist Krantet. Was? Na ja doch. Ich glaube mit heute das Spiel schaffen. Mit Leutern und nichts. Und sie ist hier. Das ist ja edelhaft. Hier ist aber trotzdem noch irgendetwas. Ey. Na, von hierher kann ich das wieder nicht nehmen. Schon wieder ein neuer Safe-Raum. Jetzt geht es uns wieder gut hier. Zwei Meter. Was bedürftig bin ich denn bitte? Nicht? Jetzt schauen wir aber schon wieder auf. Ja. So, wieder Sachen verstaunen. Ich hab ganz viel geschafft hier. Ich hab zwei Brücken rüber gelaufen. Das, äh, naja, Fortschritt nennt sich das. Moment mal. Das war's. Wieso lebt hier nicht der, 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 der Zugang zu diesem anderen Teil? Was? Was? Das muss noch nicht fertig sein. Munger stimmt hier nicht, find ich. Wir müssen zum Westbereich gehen. Ja, ja, ist klar. Aber um da hinzugehen, müssen wir halt das ID-Anband verbessern und das... was? Okay. Das Einzige, was wir noch machen können, ist halt hier so ein Überstrom-Schutzeinrichtung irgendwie trainieren. Aber ach. Oh. Okay. Also, Samstag muss ich mal gucken. Ich hab abends. Spätabends, aber das heißt, vermutlich wirst du ja eh wieder nachmittags streamen, dann kann ich wieder zugucken. Abends hab ich nochmal ein Kinoprogramm vor mir. Mhm. Gut, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist glattig gut hier. Ach, hier ist ja noch Tür. Die hab ich nicht gesehen. Sonst dachte ich, hätte ich sie gesehen und dann hab ich sie wieder nicht mehr gesehen. Was ich halt nur hasse, ist, dass wir jetzt einem großen, also, Kino in der Mitte gehen. Meins ist eigentlich immer klein oder so kommen Leute. Ich glaub, das wird echt voll werden. Scheiße, ich hab den Sand. Was ist hier passiert? Ja. Ich glaub, der Yves kommt eh gleich wieder. Wer sieht das noch? Äh, ja gut, wir haben ein Gegengift dabei. Das hält sich ja. Mhm. Hieran hatte ich irgendwie auch eher gedacht, müsste ich sagen, als ich meinte, mit, ich brauch mal noch Gegengift spielte. Und ganze Munition. Oh, die sind jetzt viel zu schnell, die Viecher. Viel zu schnell. Input Code? Was? Äh. Verdammt. Das war so knapp. Ähm. Ich mich mal mit Poison Ivy hier. Lösung wird zerstanden. Yay. Alles kaputt hier. Verteilerkattusche. Was? Äh. Äh. Mit der diverse Lösungen im Wechsel auserteilt werden können. Leer. Natürlich leer. Halt. Können die durch. Oh, der kann gleich schön sterben. Da klebt unser Freund, aber der klebt da noch gut dran, ne? Äh. Hört hier noch einiges. Oh, nö. Ist da noch zu alles. Man sieht ein bisschen was vom Passwort. Komische Tetris-Steine, wie sind das? Ah, der Rest ist unerkenntlich. Was hat der hier? Oh, es geht schon los. Na, seid ihr doch echt schnell. Ich wünsche euch viel Erfolg. Chris. Du kannst dich nicht auch noch für Chris opfern? Gut, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt wird's eingepackt. Ja. Oh. Der wird noch eine Weile sitzen. Oh. Okay. Vielleicht ist da schon wieder so viel Zeug dabei. Ach. Ist das jetzt eigentlich Hum probieren? Dass wir das Ding öffnen können? Uiuiui. Uiuiui. Ich weiß nicht mehr, dass das ein Bot ist. Das ist Lurks. Muss man hier die Bot klauen. Schade. Äh. Der Ding? Der Breite, ne? Ja. Und der Rest jetzt so. Hm. Oh. Oh. Ah. Das kann einfach alles sein. Ich bin in der Meinung zu sein, noch an den Punkten. Das bringt nichts. Ich will nicht noch mehr rumrennen. Und sterbe ich wieder. Ich hab's grad noch gesehen. Und mir gedacht, nö. 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 Ah. Ah. Nein. Nicht von vorne. Ah. Ne. Oh Gott. Da sieht man andere Sachen. Ich glaub, die kann ich in Ruhe abmalen. Um die Ärger zu bekommen. Oh. Ah. Kacke. 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 Ey. Die sind so eklig. Und unnötig. Gut. Dann machen wir das andere Ding. Mö. 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 Okay. Leiter. Achso. Stimmt. Da sieht man ja auch, was doch zu ist. Ah. Mist. Mö. Mö. Ich treue mal noch Herren hier. Au. Oh Mist. Es ist mir schon wieder hingefallen hier. Guck mal, ich bin hier. Guten Tag. Guck mal, ich bin hier. Ich könnte von mir aus jetzt gerne hinterherkommen und einfach runterfallen hier. Das wäre schön. Hoffentlich tot sein. Ja Eve. Sie haben gedacht, na wenn du mal nicht da bist. Ekelig, eklig, eklig. Gut, gut, gut. So, darf ich hier nicht rein? Achso, kein Strom. Natürlich. Wie immer. Gut, die hat ein bisschen zu viel gefeiert. War das gerade zehn Schuss? Da drüben noch ein Kraut. Ich sehe zumindest nicht, dass da irgendwas... Also ich glaube, dass das Magnum wieder noch auf dem Tisch steht. Jetzt sind sie wieder wach. Gut, können wir klären. Kein Problem. Achso. Ne, die Trophäe. Ach stimmt. Ganz vergessen. Ui, ui, ui. Hallo, hallo, hallo. Devil. Ich sehe doch schnell eskaliert hier. Kekse, Kekse. Hm. Sehr schön. Tuff. So, das hat sich jetzt auch überhaupt nicht gelohnt. Wie immer. Also, ja, gut, drauf her jetzt. Ei, ei, ei. Ich passe mal auf, dass ich extra vorbeigehe und trotzdem... Mist, Kerle. Ups! Ei, ah! So langsam. So, wer hat doch was zum Heiligen? Mh, ein bisschen. Ich dachte, es heilt auch... Nein, nicht. Ohohoho... Wird nicht wehtun. Ohohoho... Ohohoho... Ohoho... Exit! Guten Tag! Was ist denn der Joker hier? Gibt's doch diese eine Type von Leute? Ach, das ist der Schutz, den ich habe. Jetzt hab ich ja auch kapiert. Das ist doch nur Gegenmittel. Ist... Ist ja gut. Lässt dich auch mal so schnell wieder überraschen, hier. Ach, Hübsche. Wie ist sie? Ach, Hübsche, hallo! Ja, schon mal, wo wir dabei sind. Gute Zeug kombinieren hier. Gut. Oh, das ist ein Geschenk. Ja, die viele Geschenke hier. Notiz eines Unbekannten. Alle sind verwandelt. Pflanzen geworden. Sie kommen zurück immer und immer wieder. Verbrennt sie alle. Verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Nun, gut, dass ich meinen Flammenwerfer in der Kiste gelassen habe. So, das brauchen wir. Schlechte Zeiten. Und alles leer. Nein, ist ja im Spiel. Ich verfehle nicht mehr länger. Nein, 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 nein. Gut. Dann müssen wir eigentlich doch das Flammenwerferchen mitnehmen. Wartet mal. Da ist nämlich der Rest von dem Code. Wie ich schon meinte, wir haben engen Gesungenwürfel. Dann haben wir den fetten Strich. Dann können wir auch das Ding endlich eingeben. Eine davon brauchen wir noch. Hä? Was soll ich denn noch sortieren? Das ist mal eine Waffe. Gut, für die Pflanzen halt, ne? Ein bisschen Osterfeuer machen. Zu Weihnachten. Uff, so. Dann wieder rein. Guck, das funktioniert hier. Wieso knisterst du denn nicht so schön? Ah, da! Er knistert doch schon! Wie hat das jetzt eigentlich gekostet in Munition? 30. Das geht eigentlich noch. Eieieiei. So, wieder den Koti. Oh. Ich kann mir nichts merken mehr. Oh. Jaha. Jetzt die Tür geöffnet. Jetzt muss man das Röhrchen wieder neu befüllen. Und dann können wir, glaube ich, hier wieder da reinstecken. Das Zeug. Ach, ich gebe mein Messer zurück. Das ist ja nett. Wofür wir schon mal dabei sind. Ich packe sie so gerne ab. Ja. Ah, die guten Teile musst du noch nicht treffen. Hatte ich dir auch noch was gegeben? Nee, der andere war tot durch die Granate, glaube ich. Oh ja. Ist ja auch nicht mehr lange hin, ne? Bestimmt nicht mehr. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das mit dem... Na. Packen wir rein, dann... Nummer 21 einfüllen und kühlen. Sofort kühlen. Aber wie kühlen? Ich versteh noch nix hier. Wo sollen wir das denn noch kühlen? Ist das so ein Kühapparat? Ich hole was kühlen. Nicht untersuchen, einfach rein damit. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Sehr wohl. Kann ich denn das? Kann die nur tauschen? Achso, kann ich die ja... Okay. Verstehe. So ein bisschen verstehe ich das zumindest. So ein bisschen. Was ist doch... Achso, ich muss ja alles da reinpumpen. Näääh. Ich hab jetzt grad erst gesehen, welches Ding welches ist. Es ist ja immer das Rohr da drüben. Das möchte ich schlafen auch noch so ein bisschen. Oh. Wenn ich jetzt nämlich das alles da reinpumpen... Nee, aber tauschen und dann da reinpumpen? Das ist erst mal zu viel. Nicht mal isst. So ein bisschen ist ja hier noch drin. Das dürfte doch jetzt reichen. Nee, noch eine Menge. Näääh. Ah, noch mal drehen. Ach nichts, jetzt hab ich's ja doch wieder... Oh, 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 oh. Ich komm so durcheinander damit, dass der Strich da ist. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Hm. Hm, äh. Mhm. Nein. Hätt ich ja voll die kleine Menge angenommen. Wir sind ja nie gleich noch so ein bisschen glücklich zu machen... Ich deberde ja�ặd das demnach auf. Ich bin doch wieder völlig verwirrt gerade. Jetzt wird es auch eine halbe Stunde weitergehen. Ich mache immer wieder x-raychen Sachen und lerne nicht raus. Das kann ich am besten. Ich hatte doch schon meine ganzen kleinen Mengen vorbereitet gehabt. Warum bin ich jetzt so verwirrt? Ist das rechte ein bisschen voller? Nee, ist alles. Das kann so nichts werden. Ich packe wieder alles da rein jetzt. Ich muss mal neu anfangen, sorry. Hä, nochmal denkend. Was muss ich das hier machen? So, dann muss erst mal das da rein. Nee, nicht das da. Das da. Und dann der kleine Rest hinten drauf. Moment, nein, das ist wieder die andere. Falsche Röhre. Egal, das wird schon irgendwie schief gehen. Ist das jetzt zu viel oder ist das zu wenig? Was soll ich reinmachen? Das rechte oder das nicht? Ich glaube, das rechte ist immer noch zu viel. Jetzt habe ich es ja gleich aufgeteilt. Ja, ich weiß. Ich war gerade wieder das selber von Anfang an. Kann ich gut, kann ich nicht, nicht gut. Ich hätte das voller nehmen sollen, glaube ich. Dann... Die beiden Sachen wollte ich tauschen. Tauschen. Das geht anders. Das halt schon mal da rein. Dann pumpe ich da nochmal was ab und dann kommt das da wieder rein oder nicht? Ich habe das nicht die ganze Zeit schon gemacht. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ehrlich zu sein. Das ist jetzt genau die Menge, die da reingehört, oder? Ja doch. Ich habe einfach keine Sicht mehr im Gesicht hier. Kein Augemaß mehr für sowas. Ich hätte schon dreimal machen können. Okay, zweimal. So, ich habe nochmal Zeit hier. Ah, na, gg. Ich glaube eher nicht. Umgehend kühlen. Das reicht, wenn ich sie direkt wieder reinstecke. Aha. Wo soll ich das denn kühlen? Führungspersonal-PC. Führungspersonal-PC. Da war noch ein PC. Wer lebt denn hier noch? Sag mal. Geht's dir zu gut, oder was? So mag ich meine Pflanzen viel lieber. Da ist ja auch Spieler da. Das kühlen noch dreimal hier. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Ja, sie sind tot und verbrannt. Ich hatte sie eigentlich vorhin schon verbrannt. Deswegen bin ich gerade ein bisschen stinkig. Mein gutes Feuer. So, wie kühle ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich das kühlen kann. Wir haben noch gar nichts mehr. Oh, wir haben uns blaus Krautsch nehmen lassen. Wenn wir wieder runtergehen, dann sind wir wieder unten. Stromschutzeinrichtung. Ach so, dann können wir in den anderen Räumen vielleicht noch was machen. Ich bin ganz mutig gerade. Ah! Oh Gott, das war zu mutig hier. Was ist das denn, was warst du damit? Ich glaube, denen geht es irgendwie echt doch zu gut hier, auch wenn ich die abfacke. Das ist ja ein Scheiß. Dann lässt du Pflanzen verbrennen und dann warst du das. Äh. Ups. Ich wollte runter, ne? Hallo, Pflanzi. Ja, steht auch gerade wieder auf. Ah, dass man die mir nur auf Zeit betäuben kann, ey. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, auch wenn man die abfackelt, sehen sie wieder auf. Das Gemüse vergeht offensichtlich nicht. Ups, ich habe noch was liegen gelassen gehabt. Äh, da eigentlich die Karte oder so. Ich bin gerade stuhl hier reingelaufen. Ich muss sowieso mal wieder wechseln. Äh! Ich habe da was vergessen. Ich habe da was vergessen. Könnt ihr euch mal miteinander anfreunden? Nicht? Ach, schade. Ah, mach mal den Rücken. Mann, ey. Ich hasse diese Viecher. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie, Error. Sag mal, bist du... Was bricht durch hier? Das war ein Fehler. Ja, aber ich dachte, wenn ich die verbrenne, sind sie auch tot. Deswegen... Das war ich ein bisschen naiv. Ja, ich glaube, ich nehme die Tod nochmal in Kauf und mache das mit dem blöden Rüschel nochmal. Danke. Danke, dass wir die vorhin gesprochen haben. Hätte ich das oben vorher aufladen müssen? Ah. Ach, das ist schon drinnen. Okay, das hat gut gespeichert. Bis, äh... 6 mal gestorben. Lach, 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 lach. Ah, nee. Mach ich jetzt schon wieder Schwachsinn? Ich sag da keiner, was dagegen, dass ich mir die Sachen wieder mitnehme. So, oberer Bereich. Tief, Temperatur, Tätsel, Labor. Server, Raum. Ja, aber um das Ding einzustellen, müssen wir vielleicht nochmal nach oben gehen. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was ich schon machen soll. Erzähl mir irgendwelche Sachen. Teil auch kurz. Bei Pflanzentüten bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wir können dann mal versuchen, nur mit der... Da die bubbelt, wenn man die auch mal sieht. Mann. Aber es lebt halt irgendwie trotzdem noch. Ah! Mal umgedreht. Mann! Ist dir zu zuckeln? Mann, die jetzt immer noch verbrennen? Jetzt fährt alles andere, nur nicht er. Mann! 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 Wir gehen wieder komplett zurück und gucken, ob wir dieses Teil da anstellen können. Schlafraum. Guter Titel für eine Fortsetzung. Es lebt immer nach. Man es dreimal tötet. Ja. Ja gut, die anderen sterben ja auch nicht. Es hat ja auch was mit der Gegend hier zu tun. Alles, wenn sie hier unten sind, sterben sie nicht. Doch, da hinten dann. Deswegen müssen wir es um den Dünsten. Na, schreib mich nicht an. Ich kann damit nicht umgehen. Move. Beim anderen stand Morph oder sowas, ne? Error. Ja, aber... Hä? Was soll ich denn machen? Achso. Muss ich vorher alles drehen oder was? Was soll ich denn machen? Ich kann mir nicht sagen, wie ich sonst was wechseln kann. Ach, hier so. Ich kann Geräusche machen. Das ist Move. Move ist bestimmt richtig jetzt hier wieder. Oh mein Gott. 990 Keksi. Nein, das funktioniert so nicht. Weißt du, wo kommst du? Achso, du bist da rausgefallen gerade, ne? Okay, warte, ich hab Geschenke für dich. Danke. Meine Zeit hier. Rainless Nutz... Oh mein Gott. Flut. Überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot. Alle tot. Also, außer die Pflanzen. Das waren diese Männer in schwarz. USS. Die Spezialeinheiten vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht uns zu beschützen? Weiße Hörner in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben sie nicht gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich. Kann nicht an so einem Ort sterben? Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Ich verarsche mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held. Ich bin ein Genie. Mein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde... Naja. Punktig. Wo ist das doch? Pütteltasche? Oh, oh. Nice, nice. Danke, danke, danke. Haben wir hier noch was liegen? Leergeräumt. Okay, naja, ich habe jedenfalls das mit dem Gerät kapiert. Wir können ja schon mal das andere einstellen, was wir dann brauchen. Ähm, Morph, ne? Ich kapiere nicht, was hier los ist. So. Das ist Morph. Ähm, ah, das ist... Zickt irgendwie. Ich weiß nicht. Ne. Ich schreie es mir bestimmt auch wieder ins Gesicht. Ah, diesmal nicht. Eigentlich dürften die ja auch da rauskommen. Sie haben mich geschlüpft. Also gut. Ja. Ja, wenn Bedarf besteht, ich kann vielleicht auch was einrichten, ne? Sagen wir, weiß nicht, 500 Kekse, Keksgrümel. Und dann schicke ich euch eine Packung Kekse zu oder so. Ah, okay. Oh, die Kekse fällt. Natürlich selbst gebacken, natürlich. Tant und so. Kanada. Ich mag es halt, wie sie brennen, ne? Ich erkrank ja gleich, der Mensch. Von mir ist auch auf Wunsch irgendwelche Sachen. Kann alle Kekse, alle. Spezialisten Haferkekse, Vanillekipfel und Keksekekse. Ich kann auch Keksekekse. Weiße Kekse mit Schokokumel oder sowas. Oder Keksteig, ne? Also wenn es nicht so lange dauert, kann ich euch Keksteig zuschicken. Das ist eh das beste Zeug. Ah, der hätte ich noch gar nicht gemacht, ne. Mal ausprobieren. Krippisch und auch alles kein Ding. Mal speichern. Nein, haben wir gerade. Wird schon schief gehen. Auf geht's runter ins Morph-Labor. Ja, das war klar, ne? Du hast dich wieder regeneriert und dir geht's auch wieder fit. Ja, schön, 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 schön. Ich gehe aber ohne euch. Willst du hier wieder durchkommen? Ah, da stehen sie ja schon. Shit. Äh! Du bist so kaputt. Ja, ja. Viel Spaß damit. Ich gehe dann mal. Mir alles anders vor besteht, ja. Ihr hattet kleine, harte Frisbee-Scheiben? Oh, Mann. Na ja, was ist die Richtung? Jetzt gehe ich mal noch da hinten. So, drückt mir die Daumen, dass ich nicht gleich wieder sterbe. Wir haben... Keine Heilung dabei. Oh, Mann, ey. Wie blöd muss ich denn sein? Ah, richtig geil, richtig geil. Ja! Könnt ihr euch mal gegenseitig töten, bitte? Oh. Nö, nö. Oh, Mann. Der wird mir gleich wieder gegen den Rücken springen. Der wird mir gleich wieder gegen den Rücken springen. Oh. Die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Huff. Tief durchatmen hier. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas an Heilungszeug? Also, ich finde, eigentlich sollten sie hier ruhig und gerne mal ein paar Heilsprays aufbewahren. Kein Glück. Ah ja. Mal gucken, was schreiben Sie schönes. Rick Mendoza, was hat der vor? Kommt zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich hab das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Das ist schon erledigt. Ähm. Byron Cartwright. Beschäftigt der Typ was. Hast du es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Hm? Schön. Sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Ich stelle ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Traum leben. Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ausbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack? Cartwright. Gewächshaus 43 trägt durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne. Wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Antworte doch. Erinnerst du dich an Susi, die Schiedliederin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Jorts. Ich musste noch die Comics und Spiele zurückgeben. Du musst dich aber gedulden. Was hat das jetzt damit zu tun? Oh Gott, ey. Hier steht der Obstel auch gleich wieder auf. Nochmal Zettel nehmen. Da gehe ich jetzt einfach so rein. Oh nein. 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 Ich weiß, was gleich kommt. Das wird richtig witzig. Haben wir noch was? So ein bisschen Luten hier. Na, misch wieder. Ah. Na gut, wir müssen. Wir müssen. Lala, lala, lala. Gut. Was? Stimmt. Da ist es. Auf Wiedersehen. Bist du aus wie ein Hund, oder? So, durchgekühlt. Unkrautvernichter. Warum muss das gekühlt sein? Damit haben wir auch wieder alles. Jetzt ist nichts wie raus hier. Na, was war das denn? Okay, okay. Wir kommen einfach raus. Gut, gut, gut. Können wir auch machen. Ja, da ist es. Nicht da hinten zurück. Wer bin ich denn? Bin ich nochmal durch? War auch noch einer, glaube ich, unterwegs, aber... Ich meine, ich war jetzt nicht im Serverraum. Aber ich bereue es auch nicht. Wirklich. Mann, hör auf, so rumzuwackeln. Ich werde endlich nochmal verletzt werden hier. Ja, der liegt noch ein bisschen und schläft. Also, wenn ich wirklich nochmal in Serverraum möchte, dann bin ich dann von der anderen Seite ran, weil ist ja jetzt geöffnet. Ah, nochmal speichern. Mal Sachen wegschmeißen hier. Also, ich möchte unbedingt auf jeden Fall nach heute noch den, den, den Speedrun zwischen den beiden gucken. Das Speedrun-Duell zwischen Gregor und Simon. Also, wobei ich mich bestimmt mit Claire ein bisschen spoilern werde, aber ich will einfach wissen, wie sie, wie sie getrieben haben, so. Na ja, sei Spoiler-Nerde. Ich habe im Grunde alle schon mal irgendwann gesehen, aber bin ich jetzt schon wieder zu weit gerannt, natürlich. Ich war am Anfang, ich dachte, ich wäre noch mal weiter. Ich habe immer so Bock drauf. Zu sehen, wie man so schnell hier durchkommt einfach, dass man hier überall vorbeirennt. Wisst ihr, wenn ich ja an jedem Vieh hängen bleibe und was verrecke? Nee, nee, einfach nicht. Ähm, 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 ähm. Anderer Raum. Don't touch me, don't touch me, no more. Okay. Ich glaube, das ist halt einfach eine Frage des Timings, ganz ehrlich. So. Benutz mal das und bitte, bitte, bitte. Mal alle gelangen. Alle, 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 alle Pflanzen tot. Alle. Nicht nur das Gestrub da in der Ecke. Müsste ja eigentlich auch irgendwie Pflanzenleute helfen. Müsste. Gewackelt haben so. Hm, nee. Sie haben ohne Vernehmigung eine gefährliche Lösung zerstäumt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und sie müssen sich etwa in die Stabilien-Ausnahme konzentrieren. Oh nein. Ja, den Boys geht es mir jetzt auch nicht so gut, ne? Wir haben den Chip. Wir haben den Chip. Wir haben den, haben den, haben den Chip. Willst du wieder rauskommen? Habt ihr auch da gerade was gehört? Also ich nicht. Nein, nein, nein. Äh, ach gut. Der steht andersrum. Ach, Scheiße, ey. Posteingang noch. Äh, erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest ein Nest für die Spione geworden? Letzten drei... Letzten Monate drei. Diesen Monat sogar vier. Und was sind nur die, die wir erwischt haben? Das sind sie. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwright. Oder wollen Sie entweder Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nicht zu diesem Projekt bei. Ach, kein Absender. Warnung. Unautorisierter Zugang festgestellt. Unkrautvernichter durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. Lofe! Ich glaube, ich kann nochmal schnell speichern. Die Zeit muss sein. Ich bin da echt ganz gut rein und wieder raus. Ja, ja, genau das Yves. Tockstiefel will ich nicht an mir haben. Ach, der kann hier schon die Brücke runterfallen. Dass der hier auch noch rumschleichen muss. Ich dachte, er ist da oben völlig beschäftigt mit Suchen nach mir. Nee, er kommt hier runter. Er ist mit der Seilbahn offensichtlich gefahren. Er ist einfach durch die Decke gefallen. Bei ihm weiß man das nicht so genau, glaube ich. Erstmal brauchen wir noch ein Teil zum Armband. Also noch ein Chip 4 und dann geht es nämlich runter. Hui, das hat jetzt schon eine Stunde gedauert da in dem einen Flügel. Ich meine, die Leute haben das innerhalb von zwei Stunden durchgespielt. Wie? Och, noch eine Kassette. Schön. Können wir noch ein Filmabend machen, ne? Da muss schon wieder so ein Gerät rein. Kiste. Wir können müssen noch mal Heidezeit mitnehmen. Oh Gott, liegt zwar bei unter einer Stunde. Deswegen meine ich ja, also irgendwie müssen wir ganz schön flott sein. Ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass man hier Sachen auslässt. Gibt hier einen Rekorder in dem Raum? Na, für später. Doch, hier, ne? Genau. Das ist doch ein Rekorder. Also ein... Okay. Funktioniert ja eben nicht so. Das ist mit Kraut. Ich hab's doch noch gesehen. Hm. Aber ich dachte eigentlich, dass Lottes und Blaues Kraut auch Heilung wiederherstellt. Also auch wenn's nur ein bisschen ist. Bin ein bisschen verärgert hier noch. Na gut, rein damit. Nur meine Lieblingskassette. Ist... Hä? Ist doch... Die Fernseher-Kassetten-Ding daneben. Das geht nicht. Das geht einfach mal nicht. Aus. Was will das nehmen wir denn auch? Nicht zu viel verlangen, offensichtlich. Das Problem mit dem Rechts-Links hier. Warte ich. Dankeschön. Endlich wieder Licht. Oder geht das... Ah ja, natürlich hat das Strömgefäde. Jetzt kann ich auch gucken. Ah, gut. Ein bisschen Fernsehen hier noch. Okay. T-Virus gesichtet. Ich bin rein. Oh Gott. Dr. Birkin. Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Gramsci, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Regatta! Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielpersonen ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben, also. Abmarsch! Also waren das die Proben. Ja. Gut. Schön, dass wir das jetzt wissen. Halt. Was geht damit? Und das hier. William Birkins Posteingang. Von Jane Neul. Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an G einzustellen, die im Nestlabor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Von BE. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorge Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das Bestfinanzierte des Landes. Richard Kessler. Glückwunsch! Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale melden. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch bitte die Daten rüber. Wären Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt, mal nehmen wir. Wieder Jane Doyle. Abmahnungsbescheid. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorilisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Beantworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorlautung des Komitees. Also die hätten den jetzt so oder so rausgeschmissen. Das wäre gar nicht das Thema gewesen. Gut. Gut. Ja, gut. Was soll ich sagen? Gut. Oh Gott. Er wagt das noch einmal. Einigen, wenn ich das jetzt mal wieder gewinnen kann hier. Auf mich anzuspucken. Oh. Ich bin mein, äh, Weg nach draußen. Wenn ich schnell gehen muss. Oh. Siehe ich das? Huh. Oh. Mühe. Oh Gott. Eh. Ekelhaft. Was man halt so braucht. Was ist das? So ein bisschen Gehirn sein. Dann müssen wir an die Serum-Nudeln. Forschungstag. Beobachtung zum embryonalen Wachstum. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Beobachtung zur Fortpflanzungsrate. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem, dass ein Embryo implantiert wurde, alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Oh gut. Gegenüber dem Tier, äh Resistenz gegenüber dem T-Virus. Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, um dem 628 eine enge Beziehung hatte. Und naja, 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Also nicht wirklich. Resistent. Nein! Mist! Ich wusste nicht, dass schon was du hast. Ja. Das war einfach. Oh, halt die Presse. Ich hasse es. Ich hasse es. Just in case. Case auf, äh, Kopfmus. Ah, Mann. Oh, mein. Habt ihr es alle geschafft? Oh, sehr schön. Alles klar. Viel Spaß noch. Merk hier. Haben wir alles gut genommen? Haben wir. Haben wir. Haben wir. Und ich humpel hier durch die Gegend. Mein Freund und Helfer. Ah, mein Freund und Helfer. Du wieder. Weg! Er gehört mir! Es muss enden. Nein! Was zur Hölle geht hier vor? Sorry, Williams. Du lässt mir keine Wahl. Ah, mein Freund. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles. Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Oh Gott, William. Was hast du getan? Dann ist das ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch nicht schon. Oh! Oh! Das ist zur Hölle. Ach, scheiße! Oh! 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 Das eskaliert hier jetzt erst mal. Haben wir... Wir haben zwar unsere Waffe mit, aber ich habe vergessen, die Sachen jetzt einzupacken. Ich meine etwas, ja. Mist. Mist, verdammt. Nein! Tag! Jetzt weiß ich wieder nicht, was wir machen können mit ihm hier. Müssen wir noch was kaputt machen? Bleiben! Da liegt nur noch was. Gut. Hier liegen nur Geschenke... Ah, und schön. Ein bisschen Munition. Immerhin. Ah! Äh! Holy shit! Shit, 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 shit. Oh Gott, wir sind tot. Wir sind sowas so tot. So, heute bin ich eigentlich nur zur Ada zurückkehren. Ich lasse mich hier einfach umbringen. Na ja, Geschenke noch eins am Ende. Ah ja, ich finde das krass episch gerade. Es ist viel zu viel. Ah, sein Rücken halt noch, ne? Ah, Mist. Ich nehme noch was von den Containern damit. Los! Ist das ein Heilspray? So richtig zum Heilen und so? Oh. 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 Ich glaube, das wird wirklich nichts. Lauf. 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 Von vorne haben wir es? Ich verstecke mich hier. Stemme ich nicht. Was ist doch denn, Scheiß? Mir ist doch egal. Ah. Ist das eigentlich egal, was ich mit ihm hier treibe? Ich klinge jetzt einfach. Ist ihm das egal? Alter, Mistkäfer. Ja. Oh Gott, was? Müssen wir noch weiterhumpeln? Ja. Mitnehmen hier, was noch geht. Weg hier. Oh, das war ja echt knapp. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, ich weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt. Ah, wenn das so wäre, ne? Okay, okay. Kann ich erst mal raus, bevor hier abgeriegelt wird? Humpel, 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 Humpel. Ja, also wenn ich irgendwas erwischt, das war's. Erst mal hier. Gucken, was wir noch finden. Äh. Tja, ist die Frage, was wir hier noch finden. Brauchen wir da was an Munition? Oh, das ist ein bisschen sortierend gerade. Ähm. Achso, jetzt haben wir schon zwei von denen. Nein, und die Makromunition kann doch weg. Äh, und das Paket sind wir auch fertig. So, das andere behalten wir alles. Ich weiß es halt gerade einfach nicht. Ich denke, man kann die gerade nichts falsch machen, deswegen... Es schadet nicht mehr, schneller unterwegs zu sein, als zu humpeln hier. Wir haben ja noch einen Heilspray. Also so schlimm sieht es ja gerade nicht aus. Okay. Ich hab gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte. Sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt hab, so sehr ich dir vertrauen will, ich tue's nicht. Ich hab wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen. Also weg mit der Knarre. Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Jetzt kriegt niemand die Probe. Festhalten. Ich glaub, ich kann... Ach, Scheiße. Vergiss es. Sei still, ich hab dich. Das ist es nicht wert. Wir tun das nicht. Pass gut auf dich auf, Leon. Nein! Ach ja, diese blöde... Äh, Annette, hey, das wirst du machen. Wieso geht das nicht? Da. So, zehn Sekunden, Minuten, äh, kann man noch, kann man noch, hier wieder rauszukommen. Ja, sieht gut aus, ne? Sieht richtig gut aus. Wenigstens fährt der Fahrstuhl noch, ganz ehrlich. Ja, und, äh, genau das. Eda hat sich, äh, vorgestellt, die hat einen besseren Plan. Die haben wir ja auch noch nicht zuletzt gesehen, also... Wir wissen ja alle, dass sie es schafft, weil man hat sie ja woanders schon wieder gesehen, und... Das bringt uns jetzt auch nicht so traurig. Können wir mal raus? Ja. Danke. Ich mach mir schon ins Hemd. Wer ist da? Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib's den Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire! Bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich! Verschwinde von hier! Verdammt! Alter, die Musik! Ist ja der Hammer! Oh Gott, ich hab keine Lust. Aber schön, dass man nochmal ganz schnell hier schon ein Speicherchen machen kann. Ja, ja, Speicherchen. Und ich nehme jetzt wirklich nochmal alles mit, was hier geht. Was, äh... Munitionstechnisch meine ich natürlich. Das ist nochmal ein Paket und das sind... Einfach nehmen, einfach nehmen, einfach nehmen, einfach nehmen. Ich glaub, das zählt gerade nicht mit, ne? Oh, und das haben wir auch noch. Hier haben wir nochmal Kräuterchen ein paar und ein paar Granaten. Kommt auch noch mit. Ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen, aber kommt mit. Hm. Schnell ein bisschen aufräumen. Einfach jetzt alles, alles, alles einpacken. Wird schon schief gehen. So. Wir haben uns leider zwar zwei Filme nicht entwickelt, aber... Ja genau, hab ich, hab ich, hab ich. Alles gut. Reicht schon. Ich überleg' auch, ob das gerade mit einem Flammenwerfer jetzt am Anfang schon clever ist. Nein, du Misfi. Man sieht die hier so schlecht. Mist. Also das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Oh, sehr gut. Na, runter. Was? Okay. Ich glaub, ich hab' ich irgendwas vergessen. Ich geh' doch mal hoch. Hallo. Guten Tag. Na, wie geht's so? Hab' ich ja lang nicht mehr gesehen. Bis der uns da auf den Sack gehen muss. War ja eigentlich klar, ne? Oh nein! Bin gefangen. Das ist eine gute. Kurze Verschlaußpause, ja. Ganz kurz. Wie viel kriegt man denn hier bitte noch? So, die Verbindungsstecker. Schön hier unten. Und das direkt mal kombinieren. Brauchen wir noch was? Ich glaub' ich... Wie gesagt, ich glaub' wir haben jetzt alles, was wir... ...bräuchten können. So. Ich dachte, er kommt direkt. Aber gut, 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 gut. Blüpp. Höh. Oh nein. Was in die Hose machen, kommt noch. Da kommt er nämlich. Sein hübschen Arm. Er brennt eigentlich schon voll gut. Brenn mehr. Höh. Schön alles mitgenommen hier. Der knuspert doch so gut dabei schon. Nein. Hatsch. Ah. Nicht ins Gesicht, Mann. Nein. Ah. Rücken ist auch nicht besser. Ach, Mann. Alter. Ich dreh mich auch mal gleich ein bisschen mit, weil das hilft natürlich immer, ne? Hä? Hä? Wo kommt das her? Ich hab' auf die Füße gefallen hier. Frisst Schrot. Ich weiß überhaupt nicht, ob das bringt. Nein. Nein. Reingerannt. Direkt reingerannt. Ich vergesse mal, dass er stehen bleibt, wenn er schließt. Mensch. Das ist meine letzte Heilung hier. Bis Flammen. Dove, Leon. Dove. Dove. Oh. Ach, nö. Mann. Knusperr doch mal ab. Mist. Ähm. Oh. Das sah aus wie ein Tod. Ich bin mir sicher, dass man ihn hier noch töten kann, oder nicht? Nein, spielt sich aber einfach. Mann. Ah, sein mächtiges Brüllen. Ja, ich weiß. Ich hatte ja auch nichts mehr als Anheilung oder irgendwas. Das war okay. Ich bin schwer. Ich bin schon der Phalanx verkackt hier. Aber doch, ein rotes, blaues Kraut hat ein bisschen geheilt gehabt. Vielleicht sollte ich die ganzen, wenn ich jetzt noch mal sterben sollte, die ganzen extra Items rausschmeißen. Damit sie sich nachhalten müssen. Mann, ey. Ich glaube, ich knusse bei ihm einfach ab und zu. Dann hilft das vielleicht schon. Dann brennt er ein bisschen. Er freut sich. Und dann... Musik ist viel zu intensiv hier. Ist halt auch immer so langsam. Können doch mal. Ich habe einen Flammenwerfer. Das sind die gar nicht. Warum macht er denn jetzt solche ganz anderen Attacken hier? Bäh. Nein. Ah. Ach, das ist ja scheiße. Jetzt ist schon dieser blöde Stein im Weg. Ah. Lian, Mann. Jetzt brennt der Stein. Oh nein. Jetzt brenne ich. Ah, Warnung. Nicht gut. Das ist ja so. Was soll ich denn machen? Mann. Also. Es ist egal, wie langsam ich krieche. Oh. Wie lange war das? Hätt ich euch mal die Zeit gesehen. Mann. Wie siehts? Am Anfang lief das so gut. So gut. Ich pack nochmal die Sachen um. So, mich. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg. Oder? Rot und blau. Gott, haben wir jetzt noch ein bisschen geheilt. Ah, was weiß ich denn? Da steht, das ermindert erlittenen Schaden. Ergo ist heil. Hört schon irgendwas wumzeln hier. Ob mich das von dem Tod bewahrt. Wir können ja mal ein bisschen überspringen machen. Ah, diese Hitbox. Das bringt überhaupt nichts, was ich hier mache, oder? So ein bisschen grillen. Ich gehe nicht auf Barbecues. Sein Hut hat auch irgendwann mal verloren gehabt. Oh, er sah gerade aus wie der Weihnachtsband. Nee, ein bisschen... Ein bisschen Flammengott. Ist er dann schneller da? Hat er mich jetzt erwischt, oder nicht? Nein! Nein, 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 nein. Okay, ich gehe hinter dem anderen Stein verstecken müssen. Ah, Mann. Warnung, wenn wir mal untersuchen. Immer noch Warnung. Immer noch Warnung. Es ist... Es heilt ein bisschen. Ich wurde angelogen. Hm? Was ist noch das Große? Äh. Wie lange muss ich denn aushalten? Können wir hier einfach runterspringen und selbst laufen? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Mann! Es geht nicht auszuweichen! Wenn da kein Stein mehr liegt. Ah! Oh, er ist auch so. Ich gucke auch mal viel zu spät auf die Zeit, ey. Mann! Du, 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 du... Sein Ufnis, was? Er hat ein offenes Herz. Ja, mal gucken, ne? Irgendwie, wie dumm ich mich wieder anstelle die ganze Zeit. Ich darf es nicht, ihn auszuweichen, wenn er halt direkt auf mich zu gerannt kommt. Das geht nicht. Er muss halt gegen einen Stein rennen. Und wenn keiner da ist, ist, äh, Glück. Was ist der Helle? So. Da ist er wieder. Näh. Brenn, du Penner! Das zieht ihn halt gar nicht, ne? Ach, wie so Pessimismus? Nö. Überleg hat einfach nur, was ich mir hüten könnte. Ich meine, bisher läuft es schon wieder gut, aber... Und jetzt ist die Frage, wie lange noch. Ist er wieder stinking? Au! Zu früh die Kurve genommen. Na, jetzt macht er das Ding wieder. Und jetzt kann ich ja hier zum Glück stehenbleiben und mir denken, ja, mach doch. Ach so, 50 Tode meinst du. Ja. Das ist... Das ist die wissische Schätzung, auf jeden Fall. Oh oh. Ja, was, wenn er gleich wieder seinen Scheiß abzieht, ne? Ich bin mal ein bisschen in seiner Nähe rum. Ganz mutig. Kann ich mir an Steinen auf ihn fallen? Nein! Ach man! Jetzt war es jetzt doch wieder für mich. Also doch! Ja, weil ganz kurz irgendwas dastand, von wegen irgendwas mit offener Brust irgendwie im Ladebildschirm. Das Problem ist, man kann den nicht mal anhalten, dass man sich das mal durchliest. Also doch ordentlich Schadenrein. Äh. Kacke. Gut. Gut, dass ich ja dann alles dabei hab, ne? An Munition und Waffen. Äh. Ich hab immerhin das Optimale... Also alles, was ich jetzt dabei haben könnte, ne? Ah! Sehr gut! Was sieht denn da hier immer nach? Ach, guck mal! Macker doch nicht so! Au! Das war ein schönes Sand. Nee, irgendwann zweifelt man halt dran, ob man den Schaden zufügen kann oder nicht. Und dann denkt man sich so, ja, gut, vielleicht muss ich halt einfach nur ne Zeit durchhalten. Ah, okay, 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 könnte, könnte ein paar Minuten noch aushalten, ja. Ah! Knapp. Knappi, knapp. Ist klar, ne? Ach, Mist. Ja, schön reingerannt hier. Ja, schön reingerannt hier. Erstmal heilen. Okay. Ja, eigentlich, ne? Na, hier liegt ja was. Ganz vergessen. Wow! Ein Wunder? Sehr schön. Ja, wenn ich das wüsste, ne? Achso, was? Mann! Im Sprung erwischt. Sauber zerfetzt. Gut. War's das? Oh nein, war's nicht. Wir haben's noch eilig. Äh, ist das mein Exit? Gib mir eine kurze Sekunde. Oh, Mist, ich hätt's gleich am Anfang irgendwie machen müssen, ne? Äh, ein Schuss noch. Oh Gott. Hab's nicht gesehen hier. The Ladies. Missed. 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 Ach, die ist echt so, heute. Das war's. Ja, kleines Mädchen scheint auch daneben. Hm, komisch, ne? Hm, ja, komisch. Nee, ich denke, das machen wir ganz entspannt nächste Woche. Da will ich mich am Montag nochmal für das letzte Mal für dieses Jahr dann nochmal präsentieren. Da können wir schön nochmal ganz entspannt mit Claire anfangen. Es ist ja immer erst dann schlimm, ne, wenn dann jemand kommt, der einen die ganze Zeit stalkt, verfolgt. Huff, hab ich schon... Ich hab schon ordentlich geschwitzt hier, ganz ehrlich. Ich hab's geschafft, hätte ich nicht gedacht. Ich hab's irgendwie komplett unterschätzt, wie kurz doch das Spiel an sich ja ist. Ja, doch irgendwie ein bisschen einiges verdrängt. Mehr eingebildet, kann auch sein. Weiß ich nicht. F. 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 Hm, okay. Gut. Ich nehme das F. Achso. Wir könnten auch mal wieder das machen. Das Abspann. Ich hab grad überlegt, so oben links. Ich dachte irgendwie, es kommen noch Bilder, aber nein, ist ja auch egal. Gut. Ähhhhhhhhhhhhhhhhh. Joa. Abspann geht doch länger, als ich dachte auch vor allem. Ich bin mal der Zeit gespannt jetzt. Wird nix. Ich glaub Zeit, also... Wird nix. Fürs erste Mal spielen, oder? Irgendwann. Mal gucken. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt drei Folgen, also so um die... Acht Stunden, denk ich. Achteinhalb? Wir haben ja beim letzten Mal nicht komplett gespielt. Ich weiß nicht, wie lang wir sind. Irgendwie sowas. Puh. Ich weiß noch, nicht zählt auch irgendwie... Ich würd grad fragen, ob die ganzen Cutscenes reinzählen. Also alles, wo man auch... Also jetzt die Frage, weil Sachen, die vorlesen, vorzulesen sind... Cutscenes? Was gibt's noch? Na gut, wenn sich Tore öffnen, muss man davor stehen bleiben, zugucken. Hilft ja alles nix. Au. Ey. Kann ich sitzen. So. Ilinuzu. Ey. 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 Zieht alles mit rein? Ja gut, dann... Der ist aber bestimmt bei acht. Noch was. Das ist, äh, ein Müllzeiter. Der kann weg. Oh. Das ist Müllzeiter. Also dann sind wir auf jeden Fall über acht Stunden, denk ich. Technico, Lore, Games. Ja, danach müssen wir mal gucken, ob wir dann mit, 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 ähm... Black Mirror komplett von vorne anfangen wollen, mit der ganzen Reihe. Und mit dem neuen Teil. Da sind wir halt noch gut. Dann müssen wir nochmal alles spielen. Und ich überleg dann auch ab nächstes Jahr wieder, ähm, zwei verschiedene Sachen parallel laufen zu lassen. Das war wie ein Tag das, den anderen Tag das andere machen. Weil ich ja jetzt gerade mit diesen ganzen Toon Raider Sachen wieder so ein bisschen durch bin. Das hatte ich ja nur gemacht, um das mal irgendwie mal abzuschließen. Ja, genau. Also ich muss halt nochmal gucken, welche Teile ich wo habe. Also ich hab einen Teil auf dem... auf einer CD, einen auf Steam. Und irgendeinen müsste ich halt, glaub ich, nochmal irgendwo aus einer anderen Steam-Hypotheke klauen. Oder irgendwie sowas. Mal gucken. Natürlich gehen wir auch nochmal. Ja, nicht schlecht gespielt. Kann man sich ja mal immer machen. Ja. So. Haben wir's bald geschafft hier? Oder nicht? Oh, okay. Ja. Ach nicht. Ja, aber dann habt ihr jetzt übers Wochenende... Jetzt haben wir ja wieder drei Tage Eve am Laufen. Und dann komm ich nochmal und... Ich glaub am 31. Zoom dann keiner mehr. Und dann geht's erst im nächsten Jahr wieder los. Nächstes Jahr. Das ist in einer Woche. Das ist komisch. Du musst dieses Jahr noch sehr viel schaffen. Mhm. Ja, genau. Also deswegen. Ich hab mich echt geärgert, hätte ich dann halt einfach das... ähm, ein Dressen auch halt ausfallen lassen. Sonst wär dann so... Ja gut, hm. Das sind angefangenen Tage. Und sonst hab ich noch tagsüber was gemacht. Aber wie gesagt, dafür fügt mir ein bisschen in die Zeit leider. Ich muss mich ranhalten. Ich will meine Ruhe haben nächstes Jahr. Aua. Oh. Hey, Jo, hey, Muri. Ich mach jetzt so irgendwelche Charaktermodelle. Ich hab mein Supporter. Das ist schon mir alles durch den Händen geschmissen. Ja. Unsortiert. Mag ich nicht. Er sortiert denn seine Creditsicht nicht. Irgendwas. Jeder macht das anders. Schlimm. Aber ich find's gut, dass die schon mal zwei zeilig hier das... zeilig... das ablaufen lassen. Ja eben, genau. War ich nur dreißig, passiert nichts hier. Puh, da kann ich höchstens auf dem Sofa rum. Spiel irgendwas. Mal abwarten. So, Sales und Marketing, ja, es müsste eigentlich mal... Musik kam doch gar nicht, oder? Danke für die Musik, die ist gut, ja, danke. Ach, Mensch, Leute. Ich glaub, ich kann's überspringen, ja, aber... wer bin ich denn? So kleines am Vormittag... siehst du, so TikTok oder sowas könnte man noch machen. Das würde sich bestimmt voll gut anbieten. Ich glaub, das ist so zwei-Stunden-Ding oder sowas auch nur. Und überhaupt. Ja, wir werden doch gucken, wir haben ja noch eine Woche Zeit, oder so. Ja. 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 S-A-S. So, Frankreich, Deutschland, Asia-Stuff, Wea-Stuff. Oh, oh, das sieht vielversprechend aus. Kleine Zeilen, kurz Zeilen. Aha, aha, Symbole, Symbole. Okay, haben wir's gleich. Technikolor. Oh Gott. Das ist gute Zeug. Ja. 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 Okay, noch ein bisschen. Gleich. Gleich. Es folgen noch mehr Symbole. Ja. Es gibt noch mehr Symbole und da sind auch noch mehr Leute, die gerade teilen. Ja, 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 okay, ja. Und noch mehr Firmen und ähm. Krass. Krass. Wie viel, was auch immer, dass alles Einzelne für Studios sind, die ja teils mitgewirkt haben. Okay, Subicom Studios und dieses andere Kit waren ja alles noch so. Ich vergesse es immer wieder. Es ist ein Capcom-Spiel. Wenn ich mal überlege, so was hat das eigentlich gemacht noch so für andere gute Spiele. Nee. 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 Oh, nee. Nicht hingucken. Ah. Nice. Das war's. Ergebnis. Oh, wir sind unter sieben Stunden. Speicherzähler 53. Ja, aber klar, ich speichere ordentlich immer gerne. Wir sind mit B und unter sieben Stunden durchgekommen. Ja. Okay. Gut. Krass. Ich muss gleich nochmal gucken, wenn ich hier Highlight erstelle, wie viel jetzt eigentlich drin ist. Das ist krass. Okay. Ja, gut. Aber in Viertelstunde fange ich jetzt nichts mehr an. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, nächste Woche Montag geht's dann wieder weiter mit Claire-Seite. Und bis dahin, ja, macht euch eine schöne Zeit. Tschüss.